Ewiger Vater, schau voll Erbarmen auf die Not und Bedrängnis deiner Kinder. Wenn du uns nicht hilfst, Gott aller Erbarmungen und allen Trostes, werden wir alle zugrunde gehen. Lass daher in deiner großen Barmherzigkeit die neun Chöre der seligen Geister, alle Heiligen und Seligen des Himmels und alle armen Seelen des Fegefeuers, unter der Führung des heiligen Erzengels Michael und des heiligen Josef, des Schutzherrn der heiligen Kirche, ausziehen in alle Welt, damit sie im Namen und in der Autorität des unbefleckten Herzens Mariens, der Königin des Weltalls, der Siegerin in allen Schlachten Gottes, durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu, deines geliebten Sohnes, alle bösen Geister in die Hölle hinabstoßen. Lass sie ausziehen in alle Welt, damit sie alle bösen Menschen, alle Feinde Gottes der heiligen Kirche, der Menschenseelen, der Menschlichkeit, der Tabernakel und der Heiligtümer hilflos und ohnmächtig und alle ihren bösen Pläne und Werke zunichte machen. Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, und durch das unbefleckte Herz Mariens, Deine heiligsten Tochter. Amen. Ihr Engel am Throne Gottes, helft uns Gott erkennen und anbeten, lieben und ihm dienen. Helfet uns im Kampfe mit den Mächten der Finsternis, die uns heimlich umschleichen und bedrängen. Helfet uns, dass niemand von uns verloren gehe und wir einmal jubelnd in ewiger Seligkeit vereint sein. Amen.